So Leute, da sind wir beim nächsten Deck-Take und ich habe euch eins meiner Lieblingsdecks mitgebracht. Das Deck, für das ich sehr bekannt bin, Death in Texas. In einer Blood in Texas Variante, die ich lange, lange Zeit gespielt habe, ich glaube 2018 oder 2017, die jetzt langsam wieder hochkommt. Und da ich Jorion in diesem Deck nicht mag, bin ich aktuell von meinem Signature-Deck leider weg. Es ist also, viele Leute kennen mich von Turnieren und Ähnlichem nur dieses Deck spielen und ich habe damit auch ziemlich oft ziemlich viele Erfolge gehabt und bin sehr, sehr oft in Top 8 reingespielt damit und so weiter und so fort mit einer Art von Budget-Deck. Aber ich spiele das halt schon seit Ewigkeiten. Es ist glaube ich das erste Deck-Deck gewesen, was auf diesem Channel kam. Es kommt immer mal wieder eine Version mit Jorion, mit Ursassaga hatte ich mal eine Version und 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 und. Heute bringe ich euch eine Blood in Texas Version. Ohne Jorion versteht sich. Gucken wir uns die Kreaturen von Mana-Kosten von oben nach unten an. Wir fangen an mit Solitude. Fünf Mana, drei, zwei, Flash, Lifelink. Wenn ihr ins Spielfeld kommt, exilen wir eine Karte, eine Kreatur und der Berger kriegt Lebenspunkte in Höhe der Stärke der Kreatur. Und wir können eben eine weiße Karte aus unserer Hand exilen, um die Mana-Kosten nicht zu bezahlen. Den einfach ins Spiel zu bringen. Danach wird er geopfert. Surprise an alle. Wir haben sehr viele weiße Karten drin. Dann, Timeless Dragon. Fünf Mana, fünf, fünf, also Modern Ryzen 2 all over again, by the way. Fünf Mana, fünf, fünf fliegen mit Planes-Cycling. Wir können den aus unserer Hand abwerfen, können direkt nach einer Planes-Durchsuchen auf die Hand nehmen. Dann unser Deck mischen. Und wir können den eternalisen, also wir können ihn für vier Mana aus dem Friedhof-Exil und einen 4-4-Zombie-Dragon-Talk machen. Ist halt eine Fähigkeit, mit der wir es aus dem Friedhof casten, was halt gegen Control und so weiter ganz gut ist. Und das Plane-Cycling ist ganz nett. Ich mag die Karte. Das Plane-Cycling ist in diesem Deck sogar wichtig. Dann spielen wir Flickerwisp und jetzt kriegen ein paar Leute, die mich schon länger verfolgen und schon länger kennen, wahrscheinlich Flashbacks, weil ich bin immer ein Verpflichteter gewesen von drei Flickerwisp in 60 Karten-Dex. Und da bin ich aktuell auch wieder drauf. 3 Mana 3 1 fliegend, wenn ihr ins Spielwerk kommt, flickern wir eine andere permanente und bringen sie am Ende des Zuges wieder rein. Wenn man jetzt nicht andauernd irgendwelche Death in Texas Mirror reinläuft oder Sachen, wo es wirklich unendlich wichtig ist zu flickern, was es aktuell nicht gibt, kann man mit drei Flickerwisp sie als Schutzzauber für die eigenen Kreaturen, für die eigenen Karten viel besser benutzen, als wenn man sie als 3 Mana 3 1er droppt, die danach nichts mehr tut. Dementsprechend bin ich immer ein Verpflichteter gewesen von drei Flickerwisp und bin's auch wieder. Dann gucken wir uns an, Skyclave Operational mit zwei Stück drin, ist ein 3 Mana 2 2er, der, wenn er ins Spielfeld kommt, exilen wir nicht Land, nicht Token permanent ist, das wir nicht kontrollieren. Gott, wie viele Einschränkungen. Und wenn der das Spielfeld verlässt, kommt der Beherrscher der Karte, die wir gemacht haben, einen XX-Blaunz Illusionsspielstein, wo bei X die Mana kosten sind. Ist nicht so relevant, wenn der Gegner einen Kahn hat, den wir exilen, dann ist das besser, er hat einen 4-4er Token als einen Kahn oder einen Jace oder so. Dann zwei Recruiter of the Guard. Damit können wir unser Deck nach jeder Karte außer Timeless Dragon durchsuchen. 3 Mana 1 1, wenn er ins Spielfeld kommt, durchsuchen wir unser Deck nach einer Kreatur mit Verteidigungsstärke von zwei oder weniger und nehmen sie auf die Hand, mischen wir nach unser Deck. Jetzt kommen wir zu einer Sache, weshalb dieses Deck Blood in Texas heißt und auch eine Sache, ihr werdet schon sehen, ich habe ja Texas relativ ausgefoilt. Ich habe ein paar Non-Foil-Karten drin, aktuell, weil, naja, ich will mir keinen Magus of the Moon in foil holen. Magus of the Moon spiele ich in diesem Deck mit Dramana 2 2 Non Basic Lands on Mountains, Change My Mind, und der sagt eben, dass wir den Gegner ziemlich hart nach Druck setzen, wenn er mit Lands spielt, wenn er mit irgendwelchen Sachen spielt, wo er dann halt sich drauf verlassen muss, dass seine Länderbasis funktioniert, irgendein Wacky-Deck spielt mit haufenweise Non-Basics und dann nicht damit rechnen, dass wir auch einen Blood Moon im Deck haben. Den können wir auch mit Recruiter raussuchen, deshalb auch nur einen und ich finde den wirklich, wirklich cool. An dieser Stelle einmal ganz kurz den Hinweis, ich habe in den letzten Videos tatsächlich immer wieder gemerkt, dass die Deck-Tags zwar eine Menge angeguckt wird, aber nicht so wirklich bewertet wird oder ähnliches. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte ein Like da, dann weiß ich, dass ihr das aktiv aufschaut und nicht nur im Hintergrund laufen lasst. Und ja, wenn ihr noch nicht abonniert habt, wäre es cool, wenn ihr mich abonnieren würdet. Bei mir kommt eine Menge Legacy-Kram, eine Menge Opening-Kram, eine Menge Opening-Sachen, eine Menge Talks und sonstigen Kram. Gehen wir weiter zum Deck. Wir haben 4 Thalias 202-1 Erstschlag. Mein absolut favorite Card. Non-Creature Spells kosten 1 Mana mehr. Wir spielen nicht viele Non-Creature Spells, dementsprechend stört sie den Gegner wesentlich mehr als uns, dementsprechend Hammer, Hammer-Karte. Dann Stoneforge Mystic ist eine 2 Mana 1-2 Kreatur, die, wenn sie ins Spielwerk kommt, uns entdeckt eine Ausrüstung durchsucht, sie auf die Hand nimmt und für 2 Mana können wir eine Ausrüstung aus unserer Hand ins Spiel bringen. Wir haben 4 Ausrüstungen drin, die zeige ich euch gleich auch noch vor und die sind wirklich cool und sie ist auch eine sehr, sehr gute, schnelle Win-Option, wenn wir das Spiel nicht ausgrinden wollen und mit komischen 1-1ern oder 1-1ern, 2-2ern, 3-3ern oder so zuhauen wollen. Die haut heftiger zu. Dann spiele ich 1 Spirit of the Labyrinth, 2 Mana 3, 1, jeder Spieler darf nur 1 oder 1 Karte pro Runde ziehen, ist halt für uns irrelevant und die Gegner können halt sowas wie Brainstorm oder ähnliches nicht mehr spielen und auch diese Naset-Kombo-Decks mit ich ziehe 7 und so weiter haben ein Problem mit Spirit of the Labyrinth. Zu guter Letzt spiele ich noch 4 mal Demama, Mother of Runes, ein weißes Mana 1-1, Tappen, eine Kreatur kriegt Schutz von der Farbe unserer Wahl, My Family Protects All Families, großartige Karte um unsere Kreaturen zu beschützen und auch ein Magus auf dem Moon dafür zu beschützen, zerstört zu werden durch einen Lightning Bolt, damit der Gegner wieder blaues Mana hat und so weiter und so fort. Sehr, sehr mächtige Karte. Ich liebe dieses Kreaturen-Setup durch und durch. Bevor wir jetzt zu den Ausrüstungen kommen, kommen wir zur zweiten Karte, die dieses Deck rot macht. Und zwar spiele ich 2 Fable of the Mirror Breaker. Fable of the Mirror Breaker ist eine Saga, die ein 2-2 Goblin-Shamanen-Token erstellt, der 5 Euro kostet. Das ist wahnsinn, wie teuer dieser Token ist. Und immer wenn dieser Token angreift, kriegen wir einen Treasure, das heißt wir kriegen da auch Mana wieder raus, was ganz nett ist. Minus 2, wir werfen 2 Karten ab und ziehen 2 Karten. Das ist die einzige Karte in unserem Deck, wo wir aufpassen müssen mit dem Spirit of the Labyrinth, dass er uns das nicht denight. Aber ja, das kriegt man glaube ich hin. Und dann ziehen wir so viele Karten neu. Es kann halt mal ganz gut passieren, dass dieses Deck eben, weil wir spielen kein Blau, kein Brainstorm, kein Ponder, einfach Mist auf der Hand haben. Und dann 2 Karten loszuwerden und 2 neue zu ziehen für Anfang des Zuges mit der Saga, das ist ganz nett. Wenn die Saga dann auf 3 springt, exilen wir die Karte und bringen sie eben als Reflection of Kiki wieder. Das sind zwei Zweier, die wir für einmal ertappen können, um einen Kreaturen-Token zu erstellen von einer Kreatur non-Legendary, die wir haben. Sie kriegt Eile mit dem Endsues geopfert. Damit können wir auf der einen Seite mit Skyclave Operation immer wieder Sachen zerstören und damit angreifen. Wir können Flicker wispen, was wirklich, wirklich mächtig ist. Wir können Solitude, was auch nicht schlecht ist. Und ein Effekt, den ich immer wieder erklären muss, weil die Leute es nicht ganz verstehen, Stoneforge Mystic. Stoneforge Mystic hat die geile Aktion, wir können ihn aktivieren, können den Effekt auf den Stack legen. Dann liegt der Effekt auf dem Stack, dass wir jetzt für zwei Mana eine Ausrüstung aus unserer Hand ins Spiel bringen können. Wenn wir dann den Kiki-Yiki tappen und eine Kopie von Stoneforge erstellen, die dann ins Spiel kommt, steckt sich der ETB, also dass wir eine Ausrüstung aus dem Deck auf die Hand nehmen können, über das sie ins Spiel kommt. D.h. wir suchen uns z.B. eine K-Draw Complete, die erkläre ich euch gleich, und bringen sie direkt ins Spiel, weil wir den getappt haben, ohne dass der Gegner da vier machen kann. Weil, wenn wir sie reinbringen und diesen Effekt schon auf dem Stack haben, kann der Gegner nicht mehr viel reagieren. Bis der Gegner das gerallt hat, was wir da gerade tun, ist meistens over. Und das ist das Starke an Death & Texas. Death & Texas wird immer besser, umso mehr du das Stack verstehst. Aber das gehört schon fast zum Deck-Talk. Kommen wir zu den Ausrüstungen bzw. zu den Non-Creature, Non-Enchantment-Sachen. Da haben wir erstmal die Ausrüstung K-Draw Complete, habe ich gerade schon erwähnt. Das ist eine 7-Manner-Ausrüstung mit 7-Manner zum Equipen mit Living Weapon. D.h. sie kommt mit einem 0-0 Germ Phyrexian Token ins Spiel. Und die ausrüstete Kreatur kriegt bloß 5 plus 5 Eile, Trampelschaden, Erstschlag und wenn sie eine Zerstörbarkeit. Und die Ausrüstung ist auch ein Zerstörber. Und wenn sie in der Kreatur Schaden zufügt, exilen wir diese Kreatur. Sehr, sehr mächtig. Gerade, wie gesagt, mit der Kombination, die ich euch gerade gesagt habe, könnt ihr halt einfach eine raussuchen, reinbringen, angreifen. Bam! Die etwas langsamere Version davon ist die Better-Scale. 5-Manner-Ausrüstung mit Living Weapon. Und die ausrüstete Kreatur kriegt plus 4 plus 4 Wachsamkeit Lifeling. Für 5-Manner zum Equipen. Und für 3-Manner können wir die auf die Hand nehmen. Dann können wir die eben beschützen vor Removal-Spells. Die ist eine ziemlich gute Karte gegen sowas wie Control. Die ist eine ziemlich gute Karte gegen Midrange und Combo, weil sie schnell finisht oder eben auch unzerstörbar ist für die Midrange Decks. Und die ist halt eher so gegen Control. Dann haben wir gegen Winnie Decks, beziehungsweise andere Texas-Style Decks oder Stormforge Decks oder ähnliches. Oder Kreaturen-Matchups halt. Und mit Savasiete. Das ist eine 2-Manner-Legendäre Artefaktausrüstung, die, wenn die Kreatur Schaden so wirkt, die mit dieser Karte ausgerüstet ist, kriegt diese Karte zwei Marken. Wir können eine Marke runternehmen, um der ausgerüsteten Kreatur plus 2 plus 2 zu geben. Oder irgendeiner anderen Kreatur, minus 1, minus 1. Oder wir kriegen zwei Leben. Sehr, sehr mächtig, können wir sehr, sehr coole Interaktionen, sehr, sehr viele Kombinationen mitmachen. Gerade wenn wir Erstschlag haben, kann da wirklich viel bei rumkommen. Früher hat man in Mirren Crusader gespielt, da konnte man mit Doppelschlag hier auch eine Menge Mist machen. Jetzt haben wir noch eine weitere Ausrüstung, die wir aber auch über die Erdaufiola ins Spielfeld bringen können, was viele Leute vergessen. Und zwar haben wir Lion Sash, 2x1-1-Artifact-Creature-Equipment-Cat. Diese Karte können wir für ein weißes Mana eine Karte aus dem Friedhof exilen. Und wenn es eine Permanente war, kriegt die eine plus 1 plus 1 Marke. Die equipte Kreatur kriegt plus 1 plus 1 für jede plus 1 plus 1 Marke auf Lion Sash. Und wir können das Ding für zwei Mana von der Kreatur zu einer Ausrüstung werden lassen und eine Kreatur anhängen. Und wenn die Kreatur stirbt, dann wird es halt wieder zu einer Kreatur. Oder wir können sie von der Ausrüstung zu einer Kreatur runter machen. Das heißt, wir können sie auch einfach unattachen. Das geht mit Equip übrigens nicht. Nur mit Reconfigur. Fehler, den ganz viele Leute machen, ist, sie denken halt, mein Lion Sash hat eine plus 1 für 1 Marke. Also ist der 2,2. Also gibt der auch plus 2, plus 2. Er gibt wirklich nur so viel Stärke und Widerstandskraft gleich der Marken, die er hat. Nicht seiner Power. Das sind die Ausrüstungen. Kommen wir zu den weiteren Artefakten. Wir haben noch 4 Ata-Fiolen. Ein Mana-Artefakt. Zu Beginn des Versorgungsmens kommt dann ein Charge-Counter drauf. Wir können die Tappen und eine Kreatur mit Charge-Countern gleich der Mana-Kosten aus unserer Hand ins Spiel bringen. Wir können zum Beispiel bei einer Lion Sash müssen wir 2 Mana drauf haben. Bei einer Flickerwisp 3, bei einer Solitude 5, bei Timeless Dragon 5. Das macht man eigentlich nicht. Man lässt sie meistens auf 2, manchmal auch auf 3, wenn man Recruiter hat oder Magus oder Flickerwisp benutzen möchte. Magus ist sehr cool, wenn die Gegner nicht damit rechnen oder noch nichts gesehen haben, dass sie rot spielt. Eta-Fiole für 3 und der Gegner sagt, okay, Magus rein und sie können nicht mehr reagieren. Richtig, richtig sweet. Dann spielen wir noch den besten Removal in Legacy. 4x Swords to Plowshares. Ein weißes Mana wie Exil in die Kreatur und der Beherrscher kriegt Lebenspunkte in höherer Stärke. Also sowas wie Solitude. Ja, soviel zu den Non-Land-Karten. Kommen wir mal zu den Land-Karten. Da spiele ich ein Aiganyo Seed of the Empire. Legendäres Land, tappen für ein weißes, für 3 Mana können wir das channelen, also aus der Hand abwerfen und einer angreifenden oder blockenden Kreatur viel Schaden machen. Diese Fähigkeit kostet ein Mana weniger für jede legendäre Kreatur. Wir haben Thalia drin, das macht es zumindest ein bisschen günstiger. Manchmal hat man auch andere legendäre Kreaturen gespielt in diesem Deck, wie so was wie Mangara oder andere Thalia oder sonstige Sachen. Das macht man aktuell nicht mehr, aber ich glaube, ich habe am Sideboard noch eine zweite legendäre Kreatur. Und ja, dementsprechend, aber ich bin mir grad nicht mehr sicher. Kostet meistens 3 Mana, sagen wir es mal so. Oder 2 Mana mit Thalia. Ist ganz, ganz cool. Ist eine coole Adaption. Dann spielen wir, wie man es immer schon gemacht hat, 3 Caracas. Tappen für ein weißes oder tappen, wir bringen eine legendäre Kreaturzug auf die Hand. Jetzt denkt man sich natürlich, warte, du spielst doch Blood Moon. Das ist korrekt. Aber das ist kein Problem. Wir spielen erstmal noch 3 Arid Mesas. Das sind Fettschländer, die kann man Tatten, Opfern, unser Deck nach einer Insel oder einen Mountain durchsuchen und sie in Spielwelt bringen. Dann 2 Plateaus. Das sind Non-Basics, die sowohl Gebirge als auch Ebene sind. Das ist schon ziemlich, ziemlich gut. Weil die können wir damit raussuchen. Und wir haben dann das rote Mana für Fable und den Magus. Dann spielen wir einen einzigen Mountain. Weil manchmal Wasteland die geht, ne? Dann sind die doof. Und wir wollen unsere Karten ja für Rotes spielen. Und dann spiele ich 2, 4, 6 Ebenen, die wir damit natürlich auch raussuchen. Wir gehen meistens auf Basics. Die Duels sind ganz, ganz selten. Ich bin gar nicht sicher, ob wir da überhaupt 2 Stück von spielen sollten oder nur 1. Dass wir die wirklich holen. Wir gehen immer auf die Basics. Und dann funktioniert das auch. Wir brauchen meistens nicht mehr als ein weißes Mana. Das ist sehr, sehr selten. Oder ein rotes. Dementsprechend ist es okay. Dann spiele ich einen Sunbaked Canyon. Normalerweise habe ich da das weiß-schwarze. Deswegen ist der ein Non-Fall. Und nicht das weiß-rote. Und den kann man tappen für ein rotes oder weißes. Verliert halt ein Leben. Oder für einen Mana tappen Opfern, zieht eine Karte. Ist halt das Interessante, dass er auch weiß und rot macht. Normalerweise nimmt man hier das weiß-schwarze, um noch theoretisch Surgical Extraction für einen schwarzen Mana zu bezahlen zu können. Das sind halt so Micro-Plays, die man mit Death in Texas machen kann und auch sollte. Und über die man auch Bescheid wissen sollte. Weil es ist nicht irrelevant. Änderte einfach noch ein paar Prozente. Und mit Biesen-Deck braucht man jedes Prozent, was man braucht. Dann vier Wastelands. Tappen für ein Farbloses oder Tappen Opfern zerstören. Nicht Basic-Land. Sehr, sehr wichtig für das Deck. Und weil ich auch irgendwie Platz schaffen musste und weil sie aktuell eh nicht so gut sind. Nur zwei Richarden-Ports. Das habe ich schon öfter gemacht, dass ich Richarden-Ports auf zwei gecuttet habe. Auch beim Death & Hawks habe ich das auch gemacht. Ich finde zwei Richarden-Ports ganz nett. Ich würde niemals ohne Richarden-Port in Texas rausgehen. Aber ich finde zwei ganz okay. Man muss nicht unbedingt immer vier spielen. Das ist das Main-Deck. Im Side-Board habe ich auch noch ein bisschen was mit Rot. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir mal zum Side-Board. Bevor wir zum Deck-Topp gehen. Im Side-Board habe ich einen Peacekeeper. Dramana 1-1. Zu Beginn des für Songs. Jetzt müssen wir ein weißes und farbloses bezahlen, sonst wird er geopfert. Und Kreaturen könnte ich angreifen. Easy-Tags, super cool gegen sowas wie Elfen und ähnliches. Oder Goblins. Very, very nice. Dann ein Wandering Emperor. Vier Mana. Drei Marken. Flash. Wenn der diese Runde ins Spielfeld gekommen ist, können wir eine Loyalty benutzen wie eine Instant. Was super mächtig ist. Ich habe ihn aktuell drin in einem Gideon-Slot. Oder in einem Serra-Slot oder ähnliches. Weil ich sie ganz gerne mal testen möchte. Auf jeden Fall hat sie Plus-1. Wir legen auf eine Kreatur eine Erstschlag. Eine Plus-1-1-Marke. Und sie kriegt Erstschlag bis zum Ende des Zuges. Zum Blocken sehr, sehr cool. Auch zum Angreifen sehr cool. Minus-1. Wir kriegen einen weißen Samurai. Auch das. Ganz nett. Kreaturen zu haben. Und minus-2. Wir exilen eine getappte, angreifende Kreatur. Damit ist sie noch ein Removal. Es ist ein Planesburger, der vier kostet. Für die Gegner schwer zu removen. Deswegen für mich eine sehr, sehr gute Karte. Dann spielen wir 2. Divining Silence. Ein weißes Mana. Jeder Spieler kann nicht mehr als ein Licht-Kreaturen zur Hauptrunde spielen. Das passiert bei uns selten. Ich meine ja, mit Fable of the Mirror Break und so weiter sind es schon mehr geworden. Aber es passiert so selten, dass wir die auf jeden Fall spielen sollten. Gerade gegen so ein Kombo-Kram. Ich sehe gerade, die haben unterschiedliche Farben. Das ist ja krass. Ich weiß nicht, wie gut das in der Kamera durchkommt. Aber die sind unterschiedlich farbig. Ha. Wizards-Quality. Dann unsere weitere legendäre Kreatur. Kataki Wars Warsage. 2 Mana, 2-1. Alle Artefakte haben zu Beginn des Versorgungsmännens winnige Opfer. Das ist jedenfalls ein Mana. Ja, wir müssen uns für unsere Eta-Fiolen bezahlen. Ja, für unsere Ausrüstung. Der Aetna muss je nachdem viel viel mehr bezahlen. Ich habe schon ganze Spiele gewonnen, indem ich Turn 2 Kataki gespielt habe, und der Aetna aufgegeben hat. Das ist der Hammer. Ebenfalls gegen Artefakte und Verzauberung. Ein Serenity. Ein weißes, ein farbloses zu Beginn des Versorgungsmännens. Zerstören wir alle Artefakte und Verzauberungen. Sie können nicht regeneriert werden. Wichtig dabei, die Kaldra Complete bleibt auf dem Feld, weil sie ist unser Störber. Was ganz nett ist. Dann habe ich noch ein Meltdown. Für ein rotes und X zerstören wir alle Artefakte und Mana kosten von X oder weniger. Können wir z.B. auf 0 spielen gegen Ursas Saga-Kram oder auf 1, wenn wir keine Eta-Fiole haben. Oder selbst wenn es eine Eta-Fiole ist, kann man die manchmal opfern, um das Spiel noch rumzudrehen. Deshalb Meltdown. Sehr, sehr mächtige Karte. Damit sind wir auch schon bei den roten Karten. Ich spiele noch einen weiteren Pyro Blast. Ein rotes Mana. Wir counteren den Zauber, dazu zerstören Permanentes, wenn es blau ist. Dazu noch zwei Red Elemental Blasts. Wir counteren den blauen Zauber, dazu zerstören Blaues Permanentes. Die haben minimalste Unterschiede, machen aber im Endeffekt dasselbe. Ist in dem Deck hier leider nicht relevant. Es gibt andere Decks, da ist es relevant. Dann noch ein bisschen Graveshot Hate. Also das war jetzt unser Artefakt- und Verzauberungs-Hate. Das war unser Combo-Hate. Das ist so ein bisschen der Midrange-Hate. Und dann noch unser Graveshot Hate. Da haben wir ein Rest in Peace. Zwei Mana Enchantment. Wenn der Spielfeld kommt, exilen wir alle Karten, dass wir einen Frieden dürfen. Und wenn eine Karte da reinkommen würde, exilen wir halt die Karte, die da reinkommen würde. Ein Containment Priest. Zwei Mana 2-2 mit Flash. Non-Talking Creature, die in Spielfeld kommen, die nicht gecastet wurden, werden exilt. Sehr, sehr stark gegen Elfen. Sehr, sehr gut gegen Goblins oder ähnliches, die mit Aetafiola arbeiten. Sehr, sehr gute Karte auch gegen Re-Animator. Sehr schön, ich mag die Karte. Und dann zwei Surgical Extractions. Mich nervt das gerade, dass ich die falschen Surgical rausgesucht habe. Weil normalerweise habe ich hierfür extra die Voll-Promo-Varianten. Weil ich halt, wenn es Voll-Promo gibt, ich Voll-Promo spiele. Mein Zeitpunkt ist generell sehr, sehr unglitzernd. Für ein Schwarzes oder zwei Leben. Also für unseren Fall nur zwei Leben, weil wir haben ja das falsche Land drin. Oder für dieses Deck bessere Land. Suchen wir uns eine Karte aus dem Friedhof aus und exilen aus der Hand, dem Deck, dem Friedhof, alle Karten mit demselben Namen. Ist eigentlich eine ganz gute Karte, die man auch schon kennt. Das ist mein Sideboard. Das ist mein Deck Deck. Kommen wir mal ganz kurz zum Deck Talk. Beim Deck Talk gibt es einiges, was ich sagen möchte. Ihr merkt schon, ich liebe das Deck. Ich kann viel zu dem Deck erzählen. Das ist nun mal mein Haupt-Deck, mein Main-Deck, mit dem ich lange, lange Zeit gespielt habe. Und immer noch sehr gerne spiele. Dementsprechend weiß ich da halt relativ viel. Ich finde es halt immer wieder lustig, wenn ich halt so ein paar Sachen austeste, wie The Wandering Emperor oder Kataki. Kataki ist mittlerweile ein Main-Set. Das wird hauptsächlich gespielt. Ich habe manchmal Sachen gespielt wie einen Peacekeeper und die Leute haben mich ausgelacht damals noch. Heute spielen die Leute das auch. Und das finde ich halt interessant. Ich habe mit dem Deck sehr, sehr viel Erfahrung. Ich habe sehr, sehr viel damit gespielt. Und ich liebe das Deck. Und ich würde es aber niemals einem Anfänger empfehlen. Auch das Mono-Weiße würde ich niemals einem Anfänger empfehlen. Weil das Deck ist sehr komplex. Man muss die Meter können. Man muss austesten können. Man muss wirklich eine eigene Liste zusammenschießen, die man für sich selber testen kann und benutzen kann. Und am Anfang kriegt man nur auf die Fresse. Und es ist sehr, sehr, sehr enttäuschend. Dazu kommt halt wirklich, dass manche Leute immer wieder sagen, Jauh, Devon Texas ist mein bestes Matchup. Und ich dann sag so, ja, dann spiel halt mal gegen einen richtigen Texas-Spieler und nicht gegen einen Typen, der das Deck halt so einmal alle drei oder vier Wochen auspackt. Dann braucht man das Deck gar nicht spielen. Ich habe auf jeden Fall die rote Version mittlerweile ein bisschen gespielt, weil ich sie mega witzig finde. Ich finde die Fable super witzig mit Flickerwisp und Stoneforge. So ein bisschen diese Trigger aufs Deck setzen, der Hammer. Was ich auch schon gemacht habe, ist, ich bin hingegangen und habe dann, während es zu Beginn des nächsten End-Steps geopfert wird, in meinem eigenen End-Step einen Peacekeeper nochmal kopiert, damit der Gegner nicht zerstören konnte, damit ich immer zwei davon hatte. Und dann in meinem Zug hat er den Original zerstört und der Kopie ging drauf und ich habe angegriffen. Dazu kommt halt, dass es wirklich bis zum nächsten End-Step wirklich auch so Sachen kann, wie man kann einen solchen Blocker im eigenen End-Step erschaffen, man kann im End-Step mit Flickerwisp viel Scheiße machen, man kann mit Stoneforge Mystic viel Pfarr machen. Magus of the Moon, mega starke Karte aktuell, Lion Session, eine neue Karte aus Dynasty, Hammer. Also es ist wirklich, es ist, ja gut, der ist auch aus Dynasty. Mega cooles Deck, es macht mega Spaß zu spielen und ich liebe das Deck einfach und ich hoffe, das habe ich auch rübergebracht euch und euch nicht zu sehr damit genervt, dass dieses Deck cool ist. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.